habe ich schon alle gesetzt eigentlich hier haben so wunderbar das heißt wir können hier 10 20 30 10 20 30 10 30 so wunderbar und dann können wir hier schön eine tiefe wunderbar und da würde ich doch mal sagen perfekt so wenn ich da zu hause dann ein schiff habe das bald mal repariert ist dann würde ich dem noch eine route geben und die route wäre ich weiß ich habe die route schon auf dem anderen schiff ich habe die route schon auf dem anderen schiff aber dieses andere schiff hat jetzt halt meinen hier haben wir die route schon okay haben wir nicht haben die halbe route hätten wir schon aber hier habe ich halt viel viele ressourcen die ich eigentlich behalten möchte so aber eigentlich bedeutet das doch sogar wenn da oben werkzeug brauche ich da um eigentlich gerade nicht das heißt eigentlich kann ich meine werkzeugschmiede einschläfern so die kann schlafen die erzschmelzen soll nicht schlafen die kanonengießerei soll auch nicht schlafen das hier ist die kassane und das ist die das auch eine werkzeug schmiede so ich will gerade nämlich ressourcen kanonen bauen bis zum abwinken du solltest dich natürlich reparieren sonst wird das nix so und euch kann ich eigentlich sagen auf ihn mit gebrüll ja die werden sich überleben deswegen bin ich fast am überlegen ob ich da unten aber knapp aber ganz knapp erst mal würde ich dahin gehen glaube ich dann würde ich den da ein schiff wurde repariert wunderbar und was ich bei dir eine gute ändern würde wäre vielleicht folgendes zack du lädst hier aus kanonen und lädst hier ein kann und dann sagen wir mal los geht's gut und dann würde ich hier unten nämlich die ganze ressourcen schon wieder verbraucht ich will gerade fragen wieso holt die keiner so so dann würde ich das hier nämlich sagen so und außenrum können wir eigentlich sagen weg mit den bäumen weg mit den bäumen mit denen auch okay das war nix da meint wohl jemand er könnte so und das hier kann hoch da meint echt jemand er könnte fühlt sich jemand sicher aber nicht mehr lange würde ich sagen nicht mehr lange Also, was lernen wir da draus? Wir müssen Ressourcen holen. Werkzeug und Ding. Dann werde ich quasi, sobald er Platz freigibt, diesen besetzen muss. Aha, wir bringen schon Kanonen. So. Okay, dann würde ich hier vielleicht noch ein bisschen... Der da unten erholt sich erstaunlich gut. Neue Einheiten sind bereit. Wunderbar. So, wo habe ich denn eigentlich noch Soldaten? Da habe ich noch Soldaten, ne? Die könnten eigentlich mal hier vorne hin. Und habe ich sonst noch irgendwo Soldaten? Der Insel habe ich doch keine. Auf der Insel habe ich Soldaten. Okay, habe ich auf der Insel Soldaten? Ne. Habe ich auf der Insel Soldaten auch nicht. Auf der hier oben? Das könnte sein, dass wir irgendwelche rumfahren. Sieht mir aber nicht danach aus. Und hier ja sowieso nicht. Nö. Okay. Das heißt, nur noch da unten hätte ich Soldaten gehabt. Das heißt, nur noch da unten hätte ich Soldaten. Das heißt, nur noch da unten hätte ich Soldaten. Okay. Habt ihr hier eine Kaserne? Habt ihr nicht. Das ist auch gut. Dann geht es jetzt nämlich gegen dieses Ding. Neue Einheiten sind bereit. So, zack. Also hier. Einmal. Zweimal. So, was ist denn mit dir? Ach, du bist jetzt oben, ne? So, dann würde ich zu dir nochmal sagen. 50, 50, 50. Und dann geht es wieder hier runter. So, und ihr könnt eigentlich mal... Okay, könnt ihr nicht. Wunderbar. Und dann würde ich mal dich zerstören wollen. Und dann euch zerstören wollen. Das einzige, was mir dann passieren kann, ist, dass dann die Brücken kaputt gehen. So, genau. Dann wollte ich hier hin. So. Das bist du gar nicht. Wann kommt denn der? Neue Soldaten sind verfügbar. Ausgezeichnet. Bist du's? Jawohl. So, dann würde ich mal sagen. Hoch. Hoch. Und hoch. Hoch. So. Es geht ja jetzt eigentlich wirklich darum, dass der seine Dinger da abreißt. So. Hier und hier. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich mit dir gehen sollte. Eigentlich nicht, ne? So, eigentlich können wir hier noch sagen... Achso, ja, zwar andersrum. Okay. Ähm. Äh. Ich wollte den Wagen typisch... Auch kein schlechter Plan, übrigens. Ohne Wegelchen können die nicht arbeiten. Ohne Wegelchen und ohne Anbindung haben die keine Chance. Wunderbar. So, und dann würde ich hier mal sagen... Du hier. Wieso reicht die noch so weit? Ach, wegen dem dann. Du 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 duриin? Du du du. Du 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 du. So, aber hier unten Könnte ich machen Würde mir aber nichts bringen Es sei denn Der da hinten verschwindet bald Und ich war irgendwie der Meinung Man konnte die übernehmen Aber irgendwie geht es nicht So, super Also den da, den brauchen sie eigentlich Wirklich gar nicht mehr So, Kanonen habe ich schon alle Werden hier oben neue Kanonen produziert Ja, werden sie Das ist gut So, wie gesagt Die Sache mit dem Krieg Die Sache mit dem Krieg in Anno finde ich immer super ätzend Weil es einfach Ewig langwierig ist Zurück So, nein Ihr sollt da bleiben So Und du sollst da mal da hin Was würde ich denn hier ganz gerne machen Ich würde hier glaub mal Komm, wir laufen alle da rüber Und dann machen wir mal die Mauern weg Weil der Witz ist ja Wir müssen irgendwie von oben Diese Türme ausradieren können Und dann So, super. Ausgezeichnet. Neue Einheiten sind bereit. Ich bin gerade am überlegen, ob ich auf eine Konfrontation mit dem... mit dem Turm gehe. So, wie viele Einheiten habe ich da noch? Ach ja, ich könnte mal neue bauen. So, dann würde ich auf die Konfrontation mit dem Turm hier oben gehen. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwebt. Jaja, das ist in Ordnung. Gleich kommt die Feuerwehr. Aber es ist in Ordnung. So,!」 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020